Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt soll der Agent Impact haben. Aber wir schauen uns den Agent mal an. Kann sein, dass wir dadurch ein paar Losers einfarmen werden durch den neuen Agent jetzt. Aber es ist auch Content Chat. Ich glaube, ihr wollt auch sehen, wie ich hier mit dem neuen Agent hier rasieren werde. Das ist halt schwierig, weil du brauchst halt Double Sentinel mit diesem Agent. Weil er ist ja eigentlich an sich ein Sentinel und du kannst ihn nicht als Single Sentinel spielen. Das funktioniert nicht. Ich finde, weiß ich überhaupt nicht. Ich glaube, der ist balanced, wenn nicht sogar zu schlecht. Ihr dürft halt nicht vergessen, er hat zwar eine Flash, er hat eine Wall. Die Wall ist aber nur gut, wenn du auf Defending Side bist. Was machst du mit dieser Wall, wenn die auf... Weil das ist ja nicht an sich eine Trap. Wenn jemand flankt und von hinten kommt, dann geht die Wall zwar hoch, aber du bist durch. So, wisst ihr, ich meine. Viele sagen zu OP, bin ich spannend. Nee, ich glaube nicht. Gehen wir rein, da. Los im mit dem, kann ich aufскую flesschen? Nein, ich gehe rein. Los geht es, los geht es, los geht es. Los geht es, los geht's, los geht's. Koss, ich bin mit mir. ... Ich habe keine Müller. Ich habe eine Flaschung. Ich habe eine Flaschung. Ich habe nicht bereit, ich bin noch nicht готов. Ich habe eine Flaschung. Ja, be careful. One is closed, by the way. For me. I'm gonna pick your contact lights. Just hold my contact, yeah. Yeah, we can pick on you. Why is CT, why is it? Oh fuck, that's timing. Both? What? They're not CT, they're not CT. Both there. Oh fuck. After this gets it! Ah! One enemy remaining. Nice! Beautiful, guys. No, I can't. You will get flashed. Ah! Flash it! Spike down A. Come on. He's on back to Gen on the back. That's it. Not ready yet. Not ready yet. One enemy remaining. Not ready yet. One of the thorns. Wall set. The spike. Good hit. Beautiful. Nice. Oh, what a flash, dude! That's crazy. Die bleibt da immer. Wie OP. Wie OP. Wenn die niemand findet, dann bleibt die da immer, Chat. Ich glaube nur, wenn man sie, man kann sie nämlich abschießen. Das ist das Problem. Wenn du sie abschießen kannst, ist glaube ich mein Q, nur noch 40 Sekunden oder 50 Sekunden. Das ist halt ein Brecher. Aber sonst? Wenn man die nicht spottet? Okay. I know exactly where you are. There is it today. One enemy remaining. Placing wall track. Last place. Super. Super. Super! Hotter! I feel you are going to ult. After this 사건. Stacie the fight! They don't have a gun in one. Jump jump jump. Ich habe einen Schlag, einen Schlag, einen Schlag, einen Schlag, einen Schlag. Kurva. Fuck, ich brauche einen Hatshot. Ich muss einen Hatshot geben. No way, niemals keine 200. Nice. Nice. Beautiful, bro. Wuuu. Geil, Alter. Let's go. Ich bin, ich bin Sentinel. Ich darf das, Chat. Ich bin Sentinel. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt soll der Agent Impact haben. Wie es halt für ein Sentinel sein sollte, ne? Jetzt soll der Impact haben. Mal gucken. Wir machen jetzt mal die Wall hier. Entweder machen wir die hier außen hin. Was macht er meistens im Chat? Ist eigentlich scheißegal, oder? Wobei, es macht mehr Sinn hier, falls die Jump picken sollten. Habe ich mehr Vision, die abzuballern. Ich kann die nicht nehmen, oder was? Alter. Okay, okay, okay. Gut, du willst, du willst, du willst. Ich kann dir nicht nehmen. Ich kann dir nicht nehmen, du willst zu weit weg werden. Ich fache und du hältst mich? Ich nehme die ab. Ja, man ist gar nicht weiter. Ich bin sicher. Ich bin kein Kerl, oder? Scheiße, Mann, das bin ich gekauft. Ich bin kein Kerl. Was bist uns noch nicht? Ich bin kein Privuregarten, um lime zu sein. Ich bin kein Blatt. Ich bin kein Blatt. Spikes down A Nice so good Aaaaaaaah Classic bro Okay Riff and tear Ich habe den Flasher 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 zu holen Ja, ich habe den Flasher Ich habe den Flasher und den Flasher Ich habe den Flasher Mehr Speicher seit guys Geh aus Oh das Das war es leider nicht Ne das war es leider nicht Ist das schlecht gemacht. Ist das schlecht gemacht. Erstes Game. So viel Zeit gefressen, Chat. Einfach 12-14 verloren. Das ist ein Brecher. Also, das ist ein Brecher, Freunde. Ja, gar keines. Das ist gerade allererstes Game. Das ist ein neues Season, mein Schatz. Dieses Geist. Aber ich komme so langsam rein. Ich komme so langsam rein. Ich verstehe den Agenten langsam ein bisschen. So, Chef Strobel hat da irgendeine Twitter-Olle mitgenommen, Chat. Oh nein. Die aber so geisteskrank Psycho war. Ich habe auch schon mit ihr geredet, so, ne. Ich sehe mir was für Psycho-Elten daran wieder, so, ne. Und dann redet sie schon so richtig weird mit mir, so, ne. Dann denke ich mir, okay, alles gut. Auf einmal höre ich da so, dass sie... Die hat durch die ganzen Bootshaus rumgeschrien. Also so richtig, richtig, richtig... So unangenehm. Todespeinlich hat durch das ganze Bootshaus rumgeschrien. Chef Strobel war auch rotzevoll. Und der hat Chef Strobel komplett angeschrien, weil er anscheinend am gleichen Abend eine andere gefickt hat. Also richtig weird. Ich denke, ich bin im falschen Film, Alter. What the fuck ist hier los? Du weißt, wie du die Flash-Es-Plays, ne. Also du hast wahrscheinlich schon gespielt, ne. Kann stehen bleiben. Blasch mal. Okay. Oh mein Gott, was? Okay, wir werden gesniped. Das ist der weiß. Oh mein Gott. Ja, wir werden gesniped, schade. Nice. Nice, please. Komm, Zeit, komm, Zeit, komm, Zeit. So, guy from behind. Plant, plant for an archery. Nice. Flank. Gut, aber flanker. Okay. Okay. Machst du. Aber smock it. Und mit der Smoke da? Nice! Okay, start B. Ich geb die schöne Flash. Oh, die Flash war kacke, Bro. Don't zap it. Reloading. Retrieving Flush. Ah, true, die war echt kacke, lol. Okay, I'm ready for the split. Das war Trapmus. Lock inside there. One, two, four. One in the back side. One is activated. Take to B. One is you. 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 Oh, no. One is the left side. I'm checking Link. Well set. Can I get cold guys? Two close. One more close. Five behind it. Ah, Flash. I'm back to the lane. Nice, perfect. Okay, check now. I got Link. I smoked outside. I got Link. I smoked outside. Nice. Nice one. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Das ist gut so, Chuck. Minus 80 auf Gecko, Bro. Zwei Buddyshots. Nice, Greed. Beautiful. Richtig geil. Ja genau, die Flash schon geil war. Nett. Schön, ich abwärts hier oben rauf, oder? Mh. Geid. Alter, das ist krank. Weil die alle mal rauspushen, Mann. Ja, ja. Das ist so dumm. Warte, warte, bleib neben dem, wir in der Flash. Da kommt noch einer. Flash mal, Flash mal, Flash mal. Okay, da ist immer noch seit. Jetzt sind wir noch close rechts. Warte, 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 bleib neben dem. Flasch mal, Flash mal, Flash mal, Flash mal, Flash mal. Stats. Geil. Geil schön. Dieser der Guy. Meine Fresse, geht nur mal einer down jetzt hier, hörsch mal, nice, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Beide, 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 beide in front of C. Okay, cool, okay, ich muss ein bisschen reinkommen. Mein Aim ist absolut dog shit gerade, weil ich so im Fokus bin. Ich bin jetzt, ich bin jetzt so im Fokus. Ei, 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 weil ich diesen Aiden halt so sehr verstehen möchte, aber es funktioniert nicht. Shit. Ich lasse es hier open. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder wie kann er bei mir da sein? Oder was? Nice dich. Sehr geil, Bruder. Hatte drei. Ich hab was versucht, oder? Ich hab was versucht. Schade. 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 Ich wollte ihm helfen. Ich kriege aber direkt wieder ein Brett. Direkt von Gekko. Ohne zu zögern. Ich wearier sa eiwellen. Geh mal Weyer auf Cbo. Ja, gehen wir an. Okay. Noch einer, noch einer. Hab ich es, hab ich es. Tade. Wie viele Flashes ich da kaputt machen muss, Bruder. Die müssen alles kaputt machen. Alles war gut. Pass, pass, pass. Es ist in Ordnung. Eigentlich straight rein danach. Straight rein. Guys, guys. Was macht Breach da? Tidees. Tidees, guys. Mwah.